So, dann schauen wir mal Was wir hier finden Guck mal, da sind noch welche abreden, oder? Ja, 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 ja Ich habe zu zweit Oh shit, got a guy, got a guy. Where are you? Where are you? You just attack me, you just attack me. I'm gonna die. I'm gonna die. Why do you have a fucking pot in your head, man? I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Why do you have a fucking pot in your head? Fick zum Stehen, Mann! Ich hab's wieder aufgestanden! Schlägerei am Busbahnhof, Junge! Wo ist der jetzt hin? Nach da vorne! Den treff ich gar nicht! Ist weiter keine Munition drin! Komm, Junge! Zwei mit der Pfanne, Junge! So stehen! Hallo! Meinen Kollegen hab ich schon eine übergebraten! Bleib mal stehen! Ob die Zombies das da hinkriegen? Ja, komm, da komm! Fängt dein Freund! Jawohl! Wie geil, Junge! Wie geil! Wie geil! Wie geil! What the heck! What the heck! Ich danke dir für dein ganzes Loot, mein Freund! Du bist der Beste! Junge, zwei Leute mit der Bratpfanne! Zwei Leute mit der Bratpfanne! Schon mal hinter dép titeltern ein Mal rein! Hein! Oh, what the heck? Oh, what the heck? Oh, oh. 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 Habe ich hier Rex? Jetzt habe ich ihn nicht, oder? Steht gleich wieder auf, das gibt es nicht! Du hast wieder unnächtig gewonnen! Du hast wieder unnächtig gewonnen! Alle gemeinsam Zombies! Sauber! Mega, mega geil Junge! Und das wird gehighlighted! Das wird gehighlighted! Ich muss mich einfach um die Zombies hier kümmern! Ich möchte jetzt nicht, ich werde jetzt auf ihn vermeinten! Dannpan wir ja jetzt auf ihn! Ich sage, ich kenne dich! Ich werde jetzt auf ihn jetzt auf ihn. Und dann hab ich dir mit ihm eine Pläne. Ich habe ihn doch oft gemacht! Vielen Dank.